Clara Landy schob einen Schemel an den Vorderreifen eines alten 1996er Chevrolet Blazer, warf sich den dunkelblonden Pferdeschwanz über die Schulter und beugte sich über den Motor. Sie schraubte die Schutzkappe vom Druckventil und fing das austretende Benzin mit einem Frottituch auf. Sobald kein Kraftstoff mehr heraustropfte, stopfte sie sich den Lappen in die hintere Hosentasche, ging zu ihrem Werkzeugkasten und entnahm ihm den 16er und 19er Schraubenschlüssel sowie das Leitungstrennwerkzeug. Dann sprang sie Behände in die Wartungsgrube, um den Wagen von unten bearbeiten zu können. Sie entriegelte die Kunststoffclips, mit denen die Benzinleitungen gesichert waren, und zog den Schlauch vom Filter. Auf der Auslassseite zuerst, damit ihr kein Treibstoff in die Augen tropfte. Diese Lektion hatte sie vor langer Zeit in der Werkstatt ihres Onkels gelernt, und sie würde sie nie vergessen. Clara? Peter Cappers, einer der drei Söhne des Werkstattbesitzers, sah zu ihr hinunter. Der Typ, der schon mehrfach wegen seinem Zahnstangengetriebe hier war, ist wieder da. Er sagt, das Ding macht nach wie vor Geräusche. Clara schob den neuen Filter in die Schelle. Okay, gib mir noch eine Viertelstunde, dann schaue ich's mir an. Aber wenn es die Schrauben sind, müsstest du nochmal die Spur einstellen. Hast du Zeit? Für dich? Hör auf! Er hob die Arme. Kleiner Scherz. Ja, ich mach's. Nachdem sie sämtliche Schrauben angezogen und den Sitz der Anschlüsse überprüft hatte, stieg sie aus der Grube, um den Motor zu starten. Sie stellte den Zündschlüssel auf ON, wartete ab, bis sich die Kraftstoffpumpe ein- und wieder ausgeschaltet hatte, dann drehte sie den Schlüssel wieder in die Ausgangsposition. Sie wiederholte den Vorgang etliche Male, und während sie so dort saß, erspähte sie sich selbst im Rückspiegel und erschrak. Sie sah deutlich älter aus als 26, als wäre sie über Nacht um zehn Jahre gealtert. Ihren leicht angeschwollenen Augenlidern war der Heulkrampf von gestern Abend noch anzusehen, obwohl sie sich dezent geschminkt hatte. »Clara! Telefon!« rief jemand über den Lärm hinweg, der in der Werkstatt herrschte. Vom hydraulischen Drehmomentschlüssel und vom Kompressor, von den auf- und zugleitenden Schubladen der Werkzeugschränke, dazu das nie endende Scheppern und Klappern von Metall, das allgegenwärtige Gedudel der griechischen Popmusik, das aus den Boxen des ölverschmierten Ghetto-Blasters in der Ecke drang, die Zurufe und Gesprächsfetzen teils auf Englisch, teils auf Griechisch. Sie marschierte zum Wandtelefon. Peters Bruder Teddy legte ihr eine Hand auf den Unterarm. »Es ist Ryan«, sagte er, »vielleicht gehst du besser im Büro ran.« Sie konnte nur mutmaßen, was die anderen hinter ihrem Rücken über sie und Ryan geredet hatten. Peters Mutter Anna vermochte in Claras Gesicht zu lesen, als wären sie Mutter und Tochter, und sie zögerte nicht ihre Meinung, »Wenn du mich fragst, tut dir dieser Ryan nicht gut« zum allgemeinen Gesprächsthema zu machen. Clara nickte. Das Büro war kaum mehr als ein Schreibtisch an der Wand des Wartebereichs, zwischen Wasserspender und Kaffeemaschine. Privatsphäre suchte man dort vergeblich. Doch im Augenblick war keine Kundschaft da, und Anna, die hinter dem Tresen stand und Ersatzteile bestellte, zwinkerte ihr zu und sagte mit ihrem Akzent, »Ich lasse dich dann mal allein.« Clara setzte sich und versuchte, das Lämpchen zu ignorieren, das einen Anrufer in der Leitung signalisierte. Stattdessen betrachtete sie die gerahmten Fotos an den Wänden. Das stattliche, weißgetünchte Ferienhaus der Familie auf einer der Sporadeninseln, den halbmondförmigen, felsigen Strand, das unwirklich türkisblaue Wasser. Als es sich nicht länger hinausschieben ließ, holte sie tief Luft und griff nach dem Hörer. »Hey«, sagte sie, »hör zu, Clara, ich verziehe mich ein paar Tage, damit du ungestört deine Sachen packen kannst. Ich möchte, dass du noch vor dem Wochenende raus bist. Was? Ist das dein Ernst? Ich dachte, wir wollten nochmal über alles reden. Hast du mir gestern Abend nicht zugehört, Clara? Ich bin es leid, auf eine Entscheidung von dir zu warten. Du willst einfach nicht das, was ich will. Hör zu, Ryan, ich liebe dich. Und das weißt du auch. Aber heiraten, das ist ein großer Schritt. Warum können wir nicht einfach so zusammen sein? Warum hast du es so eilig? Warum hast du so große Angst davor, dich dauerhaft zu binden? Ich weiß, dass du mich liebst. Warum kannst du nicht einfach Ja sagen? Clara seufzte. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Gut, dann war's das. Du musst raus. Ich hab dir ein Apartment gesucht, in East Bakersfield. Die Kaution ist bereits bezahlt. Ich hoffe, das macht es etwas einfacher. East Bakersfield? Herrgott, nochmal Ryan. Hätten wir nicht erst einmal darüber reden können? Er schnaubte. Dir ist doch total egal, wo du wohnst. Das Einzige, was dich interessiert, ist diese dämliche Werkstatt. Mietvertrag und Schlüssel liegen auf dem Küchentisch. Fuhr er fort. Wirf deinen alten Schlüssel einfach in den Briefschlitz, wenn du raus bist. Clara lehnte die Stirn an die Wand und atmete aus. Das war's also? Ja, das war's. Viel Glück, Clara. Ich hoffe sehr, du findest irgendwann raus, was du willst. Schade, dass ich es nicht war. Damit legte er auf. Sie presste den Hörer ans Ohr und lauschte ihrem Herzschlag, bis das Besetztzeichen ertönte. Als sie sich umwandte, stand Peter in der Tür. Hilfst du mir beim Umzug? Fragte sie ihn. Er nahm die Baseballmütze mit der Aufschrift Havelin Protect What Matters ab und fuhr sich mit den Fingern durch das dichte schwarze Haar. Natürlich. Er setzte die Mütze wieder auf. Weißt du doch. Clara wusch sich das Gesicht und machte sich wieder an die Arbeit. Sie hatte zu Peter gesagt, sie wolle sich doch selbst um die Zahnstangenlenkung kümmern und das würde sie auch tun, obwohl sie wusste, dass er es ihr unter den gegebenen Umständen mit Freuden abnehmen würde. Als alles erledigt war, räumte sie ihr Werkzeug in die Metallschränke an der Wand. Dann sammelte sie die gebrauchten Frottetücher ein, warf sie in die dafür vorgesehene Tonne und rief von der Schwelle der offenen Werkstatttür aus »Gute Nacht allerseits!« Peter übersprang mit einem Satz eine Ecke der Wartungsgrube und kam über den mit Ölflecken übersäten Betonboden auf sie zu. »Wir gehen nachher ein Bier trinken«, sagte er. »Kommst du mit?« »Nett, dass du fragst, aber ich muss packen.« »Braust du Hilfe?« Sie hätte die Worte mitsprechen können. Mindestens ein- oder zweimal täglich kam er, sobald er seine Arbeit erledigt hatte, zu ihr rüber und erkundigte sich, ob er ihr zur Hand gehen sollte. Wann immer Ryan nicht in der Stadt war, was häufig vorkam, stand früher oder später Peter vor der Tür, mal mit einem Teller, auf dem sich Annas Leckereien unter Klarsichtfolie häuften, mal mit Tickets für ein Spiel oder einer DVD. Sie winkte ab. »Nicht nötig, danke. Viel Spaß euch und bis morgen!« und joggte, sobald sich eine Lücke im Verkehr auftat, über die Straße zu ihrem Wagen. Sie hielt an dem kleinen mexikanischen Supermarkt an, in dem sie Ryan beim Einkaufen kennengelernt hatte und bereute es sogleich. Die Pinatas, die von der Decke hingen, und die beschwingte Bandamusik, die aus den Lautsprechern schallte, waren viel zu verheißungsvoll für ihre simplen Besorgungen. »Haben Sie ein paar leere Kartons für mich?« fragte sie einen Angestellten, der die Obst- und Gemüseregale auffüllte und während er sich auf die Suche machte, ging sie in die Getränkeabteilung, um Bier zu holen. Clara marschierte an den Regalen mit Craft- und Importbier vorbei und holte sich ein Sechserpack Pabst. Dann ging sie zur Kasse, bezahlte und verließ mit dem Stapel zerlegter Kartons, den der Angestellte dort für sie deponiert hatte, den Laden. gut. Vielen Dank.